Ja, der Mathemook ist vorbei. Die erste Runde ist abgeschlossen. 15 Wochen lang haben wir Mathematik mit euch zusammen gemacht. Und ja, das ist auch ein guter Zeitpunkt jetzt, um mal gemeinsam zu reflektieren, Erfahrungen zu besprechen und zu überlegen, was können wir beim nächsten Mal besser machen. Das machen wir am Freitag, dem 21.03.2014 um 20 Uhr hier in Heidelberg im Florian-Steiner-Café. Das heißt, MOOC-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in Heidelberg und Umgebung wohnen, bitte einfach vorbeikommen und mitmachen und mitdiskutieren hier vor Ort. Wer nicht kommen kann, weil er zu weit weg wohnt oder doch lieber auf dem heimischen Dufa bleibt, der kann natürlich auch gerne per Livestream das Ganze verfolgen und per Twitter Fragen stellen. Raute-Matte-Mook ist das Hashtag. Und ja, da könnt ihr eure Fragen loswerden an unsere Gäste, unter anderem Jöran Mus-Meerholz, Martin Lindner, Sandra Hofuß und viele andere sind hier vor Ort. Also, einschalten und mitmachen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020